Herzlich Willkommen zum Infovideo der Chiropraxis Oliver Mack. Sie fühlen sich ausgelaugt, gestresst oder haben körperliche Beschwerden? Sie fragen sich, was kann ich tun? Ganz einfach kommen Sie zu uns in die Chiropraxis. Sie finden uns in Berlin, Nähe Kudamm, ganz in der Nähe der U-Bahn-Station U-Land-Straße, Lietzenburger Straße. Hier können wir Sie gründlich vermessen, Ihren Gesundheitszustand genau analysieren und Ihnen einen persönlichen Behandlungsplan anbieten. Jede chiropraktische Justierung sorgt meist sofort für spürbare Entlastung und Leistungssteigerung. Wir bieten Ihnen noch mehr, zum Beispiel hilfreiche Unterstützung aller wichtigen Säulen der Gesundheit, wie Ernährung, Trinken, Bewegung, Entspannung und Schlaf. Vereinbaren Sie einfach einen Termin online, mobil, via Tablet oder Desktop unter www.therapie-mack.de. Die Chiropraxis befindet sich in der Pfalzburger Straße 5, Berlin-Wilmersdorf. Übrigens sind wir deutschlandweit anerkannt und Mitglied im größten Berufsverband für amerikanische Chiropraktik in Deutschland, dem DAGC. Ihre Familienchiropraxis in Berlin für Erwachsene, Schwangere, Babys und Kinder. Wir freuen uns, Sie auf Ihrem Weg zurück zur Gesundheit begleiten zu dürfen, um Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ihre Chiropraxis Oliver Mack Wir freuen uns, Sie sehen 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 uns, Sie Vielen Dank.